In diesem Video schauen wir uns mal das Konzept an von Mutability und Immutability. Das Ganze betrifft nicht nur JavaScript, sondern auch andere Sprachen und wir schauen uns das eben mal hier in der Konsole an. Also im Browser F12 gedrückt, damit wir hier in die Konsole dann am Ende navigieren können. Und das hier brauchen wir nicht. Wir brauchen nur zwei Variablen und diese nenne ich einfach Variable 1. Und da gebe ich jetzt erstmal mein Zeug als Text ein. Und dann eine Variable 2. Und Variable 2 bezieht den Wert aus Variable 1. Beides lassen wir uns dann mal ausgeben in der Konsole. Console.log Variable 1 und Console.log Variable 2. So, wie wir es erstmal erwarten würden, beides ist jetzt hier erstmal mein Zeug. Okay, soweit so gut. Wenn wir jetzt an Variable 1 ein bisschen rumfuschen. Und vielleicht da mal den Text ein wenig manipulieren und sagen hier einfach mal plus gleich. So, und noch mehr. Ja, dann sehen wir der Text wurde jetzt hier soweit erstmal ergänzt. Um und noch mehr. Aber auf Variable 2, die den Wert aus Variable 1 hier bezieht, darauf hat das keinen Einfluss. Strings, Zahlen, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und auch Booleans, das sind primitive Datentypen. Und diese sind immutable. Das heißt also, die verändern sich nicht. Natürlich können wir hier dieser Variable einen neuen Wert zuweisen. Das hat darauf jetzt keinen Einfluss. Aber in diesem Zusammenhang ist ein Text selber nicht veränderlich. Wenn wir jetzt hier etwas dazugeben, haben wir halt einen neuen Text. Und das gleiche bezieht sich auch auf Zahlen. Also wenn wir jetzt hier eine Zahl wie beispielsweise 1 nehmen und dann hier sagen plus gleich 3. Dann haben wir hier Variable 1 mit 4 und Variable 2 weiterhin mit 1. Bei Booleans sieht es genauso aus. Dabei hier nicht plus gleich, sondern ist gleich. Denn das können wir halt hier schlecht mit dem plus gleich testen. Also wir könnten das vielleicht schon machen. Ja, aber dann kriegen wir hier was völlig anderes heraus. Aber wie gesagt, Zahlen, Texte, jetzt hier in diesem Fall auch Booleans, das sind alles primitive Datentypen und immutable. Das heißt also unveränderlich. Wenn wir die hier setzen, einen Wert setzen, wie eben davor mit diesem Text, dann wird hier nicht unbedingt dieser Text geändert, sondern ein neuer Text hier erstellt mit diesem Zusatz. Wie gesagt, unveränderlich, immutable. Und was jetzt genau der Unterschied zu mutable ist, also veränderlich, und das zeigen wir mal jetzt hier anschaulich, indem wir hier anstatt einen Text einfach ein Array nehmen. Also hier eckige Klammer auf und zu. Und da drin machen wir dann mal 1, 2, 3. Variable 2 ist weiterhin Variable 1. Variable 1 ist dann hier Variable 1, Punkt. Und dann Push. Und dann fügen wir ein weiteres Element hinzu zu unserem Array. Und das nenne ich hier 4. Und was wir jetzt wahrscheinlich erwarten würden, wenn wir uns hier nochmal den Text und so weiter hier anschauen, dass ja eigentlich dann hier Variable 1 nun 4 Sachen drin haben sollte und Variable 2 weiterhin nur 3 Einträge hat, und zwar 1, 2 und 3. Was wir aber hier am Ende wirklich sehen, ist folgendes, und zwar, dass beide Variable 1 und 2 nun hier 1, 2, 3 und die 4 mit drin haben. Das liegt eben daran, dass Arrays eben Mutable Objects sind. Das heißt also, diese sind veränderlich. Wenn wir das Ganze aber jetzt mal hier so machen, Variable 1 ist gleich, und dann fügen wir hier 1, 2, 3, 4 so hinzu, dann haben wir was anderes, und zwar das, was wir eigentlich an dieser Stelle auch erwarten würden, und zwar, dass Variable 2 hier weiterhin 3 Items drin hat. Ja, und hier weisen wir jetzt Variable 1 einen völlig neuen Wert hinzu. Aber wenn wir den bestehenden Wert dann tatsächlich ändern wollen würden, ja, wie eben hier mit Push, dann hat das auch Auswirkungen auf Variable 2, weil es sich hier eben einerseits um Mutable Objects handelt, aber eben auch um Referenzdatentypen. Das heißt also, Variable 2 kriegt hier nicht eine Kopie von dem hier, oder beziehungsweise von Variable 1, sondern Variable 2 verweist auf die gleiche Liste, die auch Variable 1 hat. Das heißt also, Variable 1 und Variable 2 teilen sich die gleiche Liste. Bei Objekten ist das genauso. Wenn wir also hier jetzt ein Objekt erstellen, und dann können wir dem einfach mal ein Alter geben, und dann sagen wir hier Variable 1, Punkt, und dann hier das Alter ist gleich so, dann sehen wir, das Ganze wird hier auch geändert. Ja, denn wie gesagt, auch auf Objekte gilt das Gleiche hier. Das Ganze ist eine Referenz darauf, und wenn wir eben hier diesen Ursprung so gesehen ändern, dann hat das auch Auswirkungen auf die Variable 2 an dieser Stelle. Falls wir aber tatsächlich mit einer Kopie arbeiten wollen, hier in diesem Fall mit dem Objekt, dann können wir das Ganze wie folgt machen. Noch vor der Änderung hier mit dem Variable 1, Punkt, h ist gleich 21, können wir schreiben Variable 2 ist gleich, und da haben wir einerseits die Möglichkeit zu sagen, Object, Punkt, Assign, und dann geben wir hier das Target an. Das Target ist einfach nur ein leeres Objekt, Komma, und dann die Source, also die Quelle davon, das ist Variable 1, Semikolon, abspeichern, und hier schauen wir uns das Ganze nun mal an. Wir haben hier also in der Zeile 9 jetzt, Variable 1 kriegt jetzt hier den Wert für das Alter 21, und Variable 2 an dieser Stelle hat weiterhin den alten Wert mit 18, denn hier haben wir nicht nur einfach eine Referenz, sondern hier erstellen wird dann so gesehen eine Kopie davon, beziehungsweise bekommt Variable 2 an dieser Stelle eben ein neues Objekt, aber eben als Kopie mit allen Werten von Variable 1. Das Ganze geht auch noch etwas einfacher, indem wir hier geschweifte Klammer auf und zu machen, drei Punkte in diese Klammer setzen, das ist der Spread Operator, und dann hier Variable 1 angeben. Das Ganze sorgt hier für das gleiche Ergebnis. Dieser Spread Operator nimmt sich eben das raus, was hier in Variable 1 alles so steht. In diesem Fall ist hier gar nicht so viel drin, aber macht daraus, in Kombination mit diesen geschweiften Klammern hier, ein neues Objekt, eben mit Kopie der ganzen Daten da drin. Im Ergebnis sorgt das für genau das gleiche hier. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns das Ganze auch nochmal für Listen anschauen wollen, also hier für Arrays, dann haben wir das Ganze auch wie folgt. Variable 2 ist gleich, dann hier die eckigen Klammern, drei Punkte setzen für den Spread Operator, dann geben wir hier Variable 1 an, speichern das Ganze. Diese Änderung an dieser Stelle bezieht sich hier nur noch auf Variable 1, denn Variable 2 ist hier nicht mehr eine Referenz auf Variable 1, sondern bekommt hier einen völlig neuen Wert, aber mit der Kopie der einzelnen Werte aus Variable 1. Das Ganze funktioniert aber nicht nur in eine Richtung, sondern in beide. Das heißt also, wenn wir hier Variable 2 ändern mit Push, dann hat das auch Auswirkungen auf Variable 1. Denn wie bereits erwähnt, Variable 1 und 2 beziehen sich auf die gleiche Liste. Das heißt also, wenn diese Liste geändert wird, dann gilt das eben auch entsprechend für beide Variablen. Mag sein, dass das vielleicht manchmal auch so erforderlich ist oder man das so möchte, aber wenn man tatsächlich eine Kopie anlegen will und mit dieser Kopie arbeiten möchte, ohne jetzt hier, ich sag mal, das Original mit zu bearbeiten, dann sollte man sich da immer im Klaren sein, eine Kopie anzulegen, beispielsweise hier eben über den Spread Operator in diesem Fall. Was wir also aus diesem Video jetzt entnehmen können, ist, es gibt primitive Datentypen und Referenzdatentypen. Es gibt Mutable und Immutable Objects. Die Immutable Objects, das heißt also, die unveränderbaren Objekte, das sind die primitiven Datentypen, Texte, Zahlen und auch Bullse-Werte, also True und False, die wir uns jetzt hier in diesem Video angeschaut haben. Und dann gibt es eben auch noch die Referenzdatentypen, das heißt also, die Mutable Objects, diese sind veränderbar und das sehen wir hier auch sehr gut über beispielsweise hier die Push-Funktion, die wir ja hier haben. Das heißt also, wir greifen hier direkt auf diese Liste zu und ändern sie dann tatsächlich, aber eben die bestehende Liste. Wir erstellen hier keine Kopie in diesem Fall oder eine komplett neue Liste, sondern wir verändern tatsächlich die bestehende Liste. Und das hat eben auch Auswirkungen auf alle anderen Variablen, die eben auf diese Liste zugreifen. Deswegen müssen wir uns hier immer im Klaren sein, wenn wir davon tatsächlich eine Kopie anfertigen wollen und mit dieser Kopie etwas machen möchten, ohne das Original zu verändern, dann müssen wir hier auch tatsächlich sowas wie den Spread Operator nehmen, um davon wirklich eine Kopie zu erstellen und nicht nur einfach eine Referenz, denn wie gesagt, das ändert hier wirklich alles. Ja, denn eine Referenz sorgt dann dafür, dass ich eben beispielsweise hier eben zwei Variablen, eine Liste teilen und wenn wir dann eben Operationen ausführen an Variable 2, dann hat das eben auch Einfluss auf die Liste hier, die gleichzeitig auch von Variable 1 genutzt wird. Wenn euch das Ganze noch etwas detailreicher interessiert, dann könnt ihr gerne nach JavaScript und Mutability und Immutability suchen. Da werdet ihr sicherlich auch viele Artikel dazu finden, die das nochmal im Detail aufdröseln und euch auch noch weitere Tipps da an die Hand geben. Das erstmal nur ein kleiner Überblick über das Konzept hier an sich. Das ist ein wichtiger Punkt. So gut noch ein bisschen Vielen Dank.